Musik 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 Wenn man nicht ausschaltet ist, haben wir auch nicht dabei. Welche Taste war denn das mit den Raketenslots? Ich scheiße, ich glaube ich werde gleich sterben. Katapult, dein pöser Feind. Oh oh. Noch ein Katapult. Mann, wie viele Katapulte hat der Gegner denn? Ach Leute, ich habe euch doch gesagt, ihr sollt warten. Nee, echt. Auf nichts kann man sich verlassen, ey. Das überlebst du nie wieder. Musst du noch deinen Enkeln am Sterbebett erzählen. Ich habe nicht mal hingeguckt. Ich will ja nichts sagen, aber der Gegner hat eine ganze Menge Katapulte. Charlie kommt es mal hin. Charlie kommt es, Charlie. Zu spät. Delta. Wer ist denn dieser Charlie? Haben die ECM oder so? Das Katapult, Mensch. Kann doch nicht so schwer sein. Immer diese LRM Matches. Das ist echt schlimm, ey. Das ist schlimm. Das Gegner-Team kann nichts anderes aus sein LRM schmeißen. Die alte CSA wird sich wohlfühlen bei diesem Game. Ich sehe schon, läuft bei uns. Charlie 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 Charlie. Emil. 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 Ab ja, schaff. Noch mehr, noch mehr. Die politischen Leute. Schade bitte. Ah, schade, Aaron. Ui, den Konster trinkt sein. Ich hab das Spiel recht ausgewogen. าah. tempted zu樣 punt sein耶 Sterbebett. Können dann nafuşam mal eine andere Zwei Runde machen. Ja klar. Oh, da hagelt es. Oh, ho, 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 ho. Oh, Kacke, oh, Kacke, oh, Kacke. Oh, 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 oh. Nimm das verdammte Katapult raus. Alter, ich bin ja für Zeigrenzung, Mann. Krass am Blick. Hinten, Hauthelf, geht offen. Oh, der bleibt drin, der bleibt drin, der bleibt drin. Und, und, und. Er trifft nicht. Warum trifft er nicht? Als er über den Hügel guckt, ist eine schlechte Idee. Gustav! Golf? Oh, oh. Wer schießt hier mit Pippi Kacke? Ey, pass auf, die Teammates hinter dir werden auch getroffen. Die Kumpel gucken, die Scheiße. Hier, Peter. Leute, jetzt, jetzt, jetzt. Ich habe ihn, ich habe ihn, ich habe ihn im Lock. Ich halte ihn noch ein bisschen. Ein bisschen, ein bisschen. Verloren. Hier. Jetzt, jetzt, jetzt. Nein, der geht, der geht raus. Der geht raus, der geht raus. Da ist eine Bein los. Wolf? Ja, bin drauf. Da, Hotel. Er ist da an. Hier, Esho. Ach du Scheiße. Du siehst es nur noch einfach. Ja, du siehst es eigentlich nicht einfach. Ja, du siehst es eigentlich nicht einfach. Gold wieder? Hier, Peter. Na der Scheiß, Rudel geht dann hinten auf den Dekon für die. Gold? 240 Meter und alles rausrotzen, was drin ist. Ich habe hier Dage. Alpha! Ne, ne, nicht Alpha. Alpha, ne, ne. Alpha ist nicht gut. Glaub mir. Alpha ist schlecht. Ja, Alpha ist gut. Ne, 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 ne. Nicht Alpha. Ja, Kette. Ja, gut. Äh. Foxtrot. Trust me. Alpha ist schlecht. Ja, Faye, Foxtrot. Fierig, aha. Uh oh. Geben wir ein bisschen scouten, ne? Peter noch. Quästle, ja. Wie ist das, wenn du wie ein Schuss komm? Oh, ne, ich habe gar keine Waffen mehr, Scheiße. Komm, Nagapf. India? Hier? Ah, hier, Phobos, Delta. Was? Ich habe energeten, achso, energeten alle. Oh, Scheiße. Ihr müsst auf den Arm zielen. Jetzt komm nicht auf. Das habe ich schon geopfert. Hier, India. Da hinter uns ist das. Ich würde auf jeden Fall sagen, das ist ein Game für High-Skilled, Leute. Haha. Von Silex aus kann man das richtig genießen, durch Schlacht. Erfrischen rein, Leute. Vorsicht. Ja, stimmt. Julia, hallo, Julia. Ja, der ist Afka. Ihr müsst mal jetzt alle Silex anre- Wir haben Conny ja, da geht es nicht mehr. Phobos nix. Da müsst ihr euch zu Dode knibbeln. Wo ist Phobos? Weiß jemand, wo Phobos ist? Ja, ich muss ja. Nur Streaks bestimmt. Ja. Ja, 40 Stück. Mit ein bisschen Hoffnung sind die gleich alle. Ey, Martin, Headshot kommt. Der wehrt sich doch nicht. Headshot. Ja, genau. Ey, ihr könnt doch alle den Scheiß zielen, ihr Blinden. Morgen, ich helfe dir ein bisschen. Nicht, dass du hier auf Phobos bist. Du bist mir schädig. Ja, bisschen Asche. Wichtig schön ist, dass da immer noch LRs daneben gehen. Der Asche. Da ist er. Hinterher. Ab ihn. Ach, der hat keine Ohren mehr. Mit Fackel und Mistgabel, ey. Komm zu den Osterhaken. Aber der war hier hinten ausgelaufen. E5 D6. Na, mein Schatz, wie geht's dir? Kein Vorhase. Ja, du zu einem guten Kuss. Na? Ja? Und du? Was geht? Nicht du? Was geht? Geht gut oder was? Alles ruhig. Alles ruhig. 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 2. Ja. Und 12 sogar. Ajo, 10. Hab ich, schon wieder? Jeden hast du angeschossen. Tatsächlich, das ist schon das zweite Mal. Ja, ich würde sagen, war ein ausgeglichenes Spiel. Bis zum nächsten Mal. Ciao. 4